Hallo und herzlich willkommen zu The Amazing Spider-Man, natürlich auf dem Nintendo Game Boy zum 13. Adventstürchen hier auf dem Game Boy Dezember. Ja, das Spiel ist 1990 erschienen und ist von Nalin Toys und ich habe das als Kind ziemlich oft gesuchtet, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas davon hängen geblieben ist. Wir machen mal Press Start. So. Wir können springen, wir können unsere Netze spinnen und natürlich fighten, ist klar. Oh, da, 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 boom, 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 boom. Ding, 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 ding. Ja, ja, wir können auch spiden. So. E So Das hast du davon Alter Bist du ein Psycho Wer den guten Spidey an den Nein, das geht ja gar nicht So Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich das mit dem Web gemacht habe So, komm schon Gute Frage, nächste Frage Wie ging es davon So, komm schon Ah ja Keine Ahnung, wie ich das gerade Bewerkstelligt habe Keine Ahnung Ich weiß nur, dass wir jetzt schon ein Leben verloren haben Das ist schon krass So, aber na gut Man muss erstmal wieder reinkommen In die Materie Na ja, damals gab es ja den Art of the Spider-Man Boom Und den gibt es eigentlich heute immer noch Spider-Man ist ja gefragt wie je, eh und je Marvel eben So Da habe ich früher immer sehr gerne die Wow Zeich-Trick-Serie gesehen Danke Oha Kannst du mal aufhören dein Gift da zu machen Dann werde ich dir Ja, hat er mich gebasht Ja First Boss So, gleich haben wir an Und dann geht er da unten Fuchikato würde ich sagen Fuchikato Nächstes Level Jetzt heißt es hier die Auswand Hochkraxeln Zu dem Dach Aua Kuchen Ja, yummy Und gar kein Leben mehr Ah, unsere Spidey-Sensoren sagen uns Da kommt was runter Wenn wir hier nicht gerade massiv verpügelt werden Wow Aber Gar nicht so leicht Den auszuweichen Shit, fucking Bullshit Wir gehen doch gleich wieder down Oh, unser erstes Game Over Wir machen es nochmal Komm Natürlich Pfuh, ist das mies Gut, dass es hier noch wieder einen leckeren Kuchen gibt Da muss ich rein So Alter Schwede Sehr gut Das ist okay Ich weiß gar nicht, wie man nochmal da oben langspielen konnte Aber gut Da oben ist ja nichts Wo man sich So So Nice Bisschen mies Bisschen mies ist es schon Ja Ja, wir gehen gleich down Und das weiß ich Also man muss schon sagen, er kann verdammt hoch springen So 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 hmmm Scheiße ist das unfair Ja, geht klar Wie soll ich den denn bashen? Ich meine, ein bisschen habe ich ihn ja schon, ne? Aber er hat mich ja schon mal getötet Merkwürdiger Boss Alter Schwede Aber ich glaube, da ging er down Ich glaube, da ging er dann Mich würde interessieren, wie viele Continues wir haben Wahrscheinlich mehr als genug, damit wir dieses Spiel schaffen können So, verdammt Na, komm schon Oh, Kuchen Alter Ich hatte das Spiel gar nicht so schwer in Erinnerung Oh, oh Oh, oh Schön kleines Sackgesicht, ne? Die Stadt sollte wirklich mal was gegen ihr Ungeziefer tun. Sind wir jetzt endkürtig Game Over, oder? Ja, wir sind jetzt endkürtig Game Over. Alles klar. Gut, das war The Amazing Spider-Man. Nicht unbedingt lang, aber hey, das ist ja Spaß an der Sache, ne? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich würde mich natürlich über ein Abo freuen, Kommentare, Likes, was auch immer. Und bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer RetroBasti. Ciao. 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 Vielen Dank.